Kabarettist Dr. Eckhard von Hirschhausen hat am Mittwoch vor seinem Auftritt in der Halle Münsterland pflegende Angehörige und Berufstätige in Pflegeberufen getroffen. Der Entertainer und Arzt würdigte ihre Leistungen und sprach mit ihnen über wichtige Themen wie Pflegestufen. Wir sind sehr weit weg von den realen Bedürfnissen von den Menschen, weil auch durch die Prüfungen und sowas wird immer mehr Details abgefragt und die einfachen Dinge geraten ein bisschen aus dem Fokus und das ändert sich nach und nach. Also ich bin da auch mit der nächsten Generation in Kontakt. Ich habe einen Lehrauftrag inzwischen auch. Hirschhausen tourt momentan mit seinem medizinischen Kabarett namens Liebesbeweise durch Deutschland. Auf Einladung des Aktionsbündnisses Schmerzfreie Stadt Münster konnten sich die rund 100 Gäste eine Auszeit bei dem Fernsehstar nehmen. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Ciao. 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 Vielen Dank.